Ja, okay, er haut Schaden rein, das hab ich verstanden. Wie oft muss ich das machen? Ich hoffe nicht allzu oft, weil das wäre ja wirklich langweilig irgendwann. Gut, damit hätten wir das auch, äh, die Frage geklärt, wie oft, wie lange. Ach, das war Nummer 1, ja? Ah, okay. Ah, oh, okay. Hier, natürlich müssen wir jetzt irgendwie die Seelenkraft noch irgendwie dahin bekommen, anscheinend. Ja, okay. Okay. Ach, damn it. Das ist natürlich jetzt dämlich. So, ah, okay, hat's funktioniert, wunderbar. Dum, 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 dum. Ähm, wo war das jetzt? Hier, oder? Bin ich jetzt richtig? Bin ich falsch? Ich weiß es gerade nicht. Ah, okay, ich bin richtig. Können jetzt hier irgendwas aktivieren. Und fahren erst mal Aufzug. Hör, nur mich ein bisschen an Dead Space. Oh, ey. Ah, jetzt geht das Ding an. Aha. Das ist die große Frage, woher muss ich? Dorthin. Ja. Okay, jetzt. Dann müsste die Tür wieder aufgehen. Und wir gehen raus. Oh, was jetzt? Was jetzt? Hä? 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 Oh, nicht du schon wieder. Und noch einer von deiner Seite. Ja, gut, jetzt hab ich sie gerade schön in der Ecke drin. Oh, nein, 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 nein. Ganz schlecht. Ah, das ist doch merkwürdig. Moment. Falsch. Falsch, falsch, falsch. Hä? Moment mal, wo ist denn meine... Wo ist denn meine Kette? Halt, 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 halt. Bevor wir jetzt hier irgendwas machen. Bevor wir uns jetzt miteinander anlegen. Wo ist meine... Wow. Ich hab echt viele. Wo ist meine Kette? Kette gegen... Kette gegen Pistole, ja. Aua. Aua. Also, so krieg ich den am einfachsten. Komm. Also, mit der Kette sind die... ...viecher einfach zu übersiegen. Ah, leck mich. Aber immer noch schwer genug. Ja, komm. Ja, jetzt... Also, jetzt reicht's mir. Na, jetzt ist es ja wohl nicht mehr feierlich mit euch. Jetzt bin ich hier gerade kurz vorm Gruppieren. That's not good. Scheiße. Ich bin so im Arsch. Hey, 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 hey. Ja, das ist auch ein Problem. Könnte ich wieder irgendein Leben bekommen. Irgendwie. Ist mir egal wie. Ja, ich bin tot. Wunderbar. Hä? Ne, ne. Falsch. Oh, Gott. Was mach ich denn hier für einen Scheiß? Ach, jetzt fahr ich mit dem Aufzug wieder hoch. Oh Gott, bin ich gut. Wow. 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 Ja, das war wunderschön. Und wieder Aktion drücken. Weil ich's nicht oft genug mache. Die Tür scheint ja schon offen zu sein. Ja, ist ja. Ja, das ist doch... Also irgendwie ist das ein bisschen witzlos. Die Gegner, die jetzt alle kommen. Wow. Okay, das ist ja nicht mehr feierlich. Moment mal. Das ist ja absolut nicht sehr witzlos. Ich bin weg mit dir. Da hältst du. Oh, das ist irgendwie die falsche Waffe. Suchen wir dich auch haben. Komm uns ja nicht. Puh. Wo ist meine? Ach, jetzt hab ich die wieder nicht drin. Kacke. So. Dann schau mal ein bisschen Spaß mit euch. Oh, zu viele Gegner. Ich seh nichts. Ja, okay. Versuchen wir's jetzt. Der rot ist immer nach. So. Komm schon, verrecke. Schax. Und weg mit dir. Komm, wir sterben. Danke. Endlich. Bitte lass mich irgendwo Leben herkriegen. Bitte. Ansonsten bin ich sowas von im Arsch. Ich nicht. Ne, warum auch. Ja, das ist sowas von mein Untergang. Ähm. Ähm. Was hab ich denn jetzt gemacht? Hä? Nee. Nee, oder? Ja, eventuell hab ich das Spiel jetzt wieder zu Tode verpackt. Doch nicht. Ähm. Ja, gut. Fertig. Ich bin doch nicht ganz zur Tode verpackt. War doch richtig. Zum Glück. So. Ja, wenn ich jetzt aber doch trotzdem kein Leben kriege, dann bin ich extrem gar Arsch. Ja, wie ein, wie leichter beißen. Ich bin doch nicht. Ja. Ja, wie ist das? Okay, kann der nicht Das ist echt dämlich Och, jetzt muss ich hier auch noch Daraus ein Rätsel machen, oder was? Oh nein So, da haben wir eins Da machen wir das zweite hin Und an der Wand müssen wir was rütteln Ah, nein, nein Was mache ich denn da? Okay, das ist immer richtig So, geschafft Die Tür ist auch frei Okay Ladevorgang, okay Ladevorgang Und jetzt haben wir den ersten Yay Wir haben Nummer 1 geschafft Wir sind fast tot Reiter Ich hätte niemals gedacht Dass du meine Rettung sein würdest Bereile dich bevor Strager von deiner Ankunft erfährt Als ich dich fand, sagtest du Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen Ich habe diese Worte schon mal gehört Abaddon hat das gleiche gesagt Kurz bevor er starb Verdolkern Oh ja Oje 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 Damit hab ich ja jetzt Freude So, Moment, wo kam ich denn jetzt her und wo muss ich lang? Da kann er sich aber an Leite die Strahlen um Hätte ich jetzt nicht hier dacht Hätte ich jetzt nicht hier dacht, mein Freund Ich weiß grad nicht, wo die Strahlen herkommen Die Strahlen Leite die Strahlen War ich jetzt hier schon oder nicht? Äh Ich weiß nicht, wo ich war und wo nicht Oho Da ist ne True, die ich humble Ich geh mal eben in die andere Richtung Leite die Strahlen um Sehr leise